Herzlich Willkommen zu einem neuen Video von... Heute ist der 4. Dezember schon. Eigentlich wollte ich das Video schon am 1. Dezember machen, allerdings ging das wegen einer Erkrankung leider nicht. Jetzt bin ich aber eigentlich wieder relativ fit. Und zwar handelt es sich um den Adventskalender von Chip. Und ja, wir gehen einfach mal auf chip.de, nicht chip-.de, sondern chip.de und klicken hier mal auf Download Adventskalender. Den Link dafür tue ich euch natürlich in die Beschreibung packen. Und ja, hier ist ein bisschen Sound. Hört sich blöd. So, und ja, hier werden quasi jeden Tag neue Programme zum kostenlosen Download vorgestellt. Man kann die auch nachträglich runterladen. Das einzige Programm, was man leider jetzt nicht mehr runterladen kann, beziehungsweise nur noch heute runterladen kann, glaube ich, ist das CallFX Pro. Ja, es geht heute noch. Und ja, wie gesagt, hier werden Vollversionen verschenkt. Jeden Tag eine. Und das lohnt sich teilweise. Deswegen würde ich euch empfehlen, das einfach mal zu machen. Ok.